Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, wird mal wieder Zeit für ein Update, das letzte ist ja schon eine ganze Weile her. Und momentan ist es ein bisschen schwierig mit Uploads, weil es gibt gerade auf der Universität viel zu tun. Da haben wir auch ein Filmprojekt und das steht halt zur Prüfung. Neben den ganzen anderen Prüfungen und Klausuren, die es noch zu absolvieren gibt, hängt das mit den Videos... Das haut doch mal ab hier. Halt nur ein ganzes Stück hinterher. Ich habe Material für drei Videos noch parat, ich müsste das nur irgendwie mal aufschneiden. Die angekündigten Naturvideos, ja das wird noch ein bisschen sich hinziehen, da brauche ich noch ein paar mehr Ideen und haut doch mal ab. Eine bessere Location, wo ich das mal alles filmen möchte, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich werde hier gerade belagert. Und wenn das alles geklärt ist, dann geht es auch wieder mit den Videos weiter. Also die drei Videos, die ich noch geplant habe, wo das Material da ist, die kommen demnächst, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Und ansonsten bitte ich euch noch einfach etwas um Geduld und dann geht das Ganze hier weiter. Oh, und bevor ich es vergesse, was ich eigentlich erkunden wollte hier, ist nicht nur wegen dieser ganzen Kurznachricht-Geschichte, damit ihr mal ein Status-Update habt, sondern eigentlich wollte ich hier einen Geisterwald-Auskund schaffen, aber ich finde irgendwie keinen Weg, der in den Geisterwald hineinführt. Also ich habe eine Karte, laut GPS stehe ich genau vorm Weg, aber da ist kein Weg. Vielleicht ist es ja nur in der Nacht zu finden. Ja, gut, das wollte ich noch eben loswerden, vielleicht mache ich irgendwann dazu noch einen extra Beitrag und dann schauen wir mal weiter. Irgendwie werde ich hier gerade zerfressen. Wir sehen uns, jetzt aber. Tschüss. 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 Vielen Dank.